Wie wird sich Schleswig-Holstein jetzt auf der ITB präsentieren? Die ITB ist eine der weltwichtigsten Reisemessen und da ist es ganz wichtig, dass wir uns als Schleswig-Holstein präsentieren. Der Auftritt ist ein wenig in die Jahre gekommen. Wir haben einen neuen Messestand. Wir stehen unter der Dachmarke der Echte Norden. Die Tasche hat die Strategie des Glückswachstumsgebietes visuell umgesetzt. Das alles gefällt mir ausgesprochen gut und Schleswig-Holstein wird ein Hingucker werden. Herr Mayer, können Sie diesen echten Hingucker ein wenig beschreiben? Wir werden offener sein gegenüber Gästen. Es wird neue Möglichkeiten geben für die Aussteller aus den Regionen, die dort am Stand sind, ihre Gespräche zu führen. Das waren alles Wünsche, die in die neue Standkonzeption eingearbeitet worden sind. Und über allem prangt natürlich der echte Norden. Wie wichtig ist die ITB für Schleswig-Holstein, Herr Mayer? Das ist die wichtigste Reisemesse in Deutschland überhaupt. Dort präsentiert sich das Reiseziel Schleswig-Holstein. Wir haben ja erstaunliche Zuwachsraten, gerade im letzten Jahr bei den Übernachtungszahlen plus 6,2 Prozent. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 3 Prozent. Das heißt, Schleswig-Holstein ist eine sogenannte Top-Destination. Auf uns ist man aufmerksam geworden. Und das ist ganz wichtig, das auf einer Messe zu präsentieren. Sie sprechen die Zuwachsraten an. Wie blicken Sie auf das laufende Jahr, auf 2015 und die Tourismus-Saison, die jetzt demnächst ja auch beginnt? Ich bin auch da optimistisch. Natürlich ist manches vom Wetter abhängig. Aber das ist der entscheidende Punkt. Wir werden immer unabhängiger von der Sommersaison. Da ist es ohnehin voll an den Küsten und dem Binnenland. Sondern wir müssen die Angebote weiter schärfen außerhalb der Sommersaison, die sogenannte Saisonverlängerung. Und da sind wir stärker geworden in der letzten Zeit. Viele qualitative Produkte, die an den Markt gegangen sind, neue Hotels. Das macht viele Menschen neugierig auf Schleswig-Holstein. Sprich, Sie erwarten auch 2015 einiges. Wir erwarten gute Zuwachsraten. Wir haben eine Tourismus-Strategie, in der wir gesagt haben, wir wollen bis 2025 30 Millionen Gäste haben. Also brauchen wir auch diese Zuwachsraten.